Ich versuch's gar nicht. Ich versuch's erst gar nicht. Na? Das wäre auch geschafft. Ja, weiter, ne? Heiter, weiter. Da ist unser Cusco-Kopf. Diese Dinger hier irritieren mich irgendwie immer. Ich versuch's gar nicht vorrund. Eieiei. Okay. Ja, schieß's mir einfach mal runter. Das war doch perfekt getroffen. So, schieß ich noch mal da drauf, weil ich wissen will, wo der noch hingeht. Okay, nur die zwei Positionen waren das ja gut. Da war der linke Weg doch einfacher als der rechte. Wo kommen wir denn jetzt hin? Okay, die brauchen wir nicht. Dann bist du erst mal jetzt hier an der Reihe. Hopp. Wo willst du denn hin? Löff der einfach weg. Oh nein! Ich muss wieder irgendwas laden. Oh. Nimm das! Dankeschön. Ah, so ist's besser. Lalalalap, lap, 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 lap. Mhm. Oh. Renngezumpel. So, gehen wir einfach mal weiter hier, ne? Ist wieder sehr schlauchig gehalten. Ah, da sehe ich noch jemanden. Oh, meine Nase juckt schon wieder. Ah. Nimm das! Ich hab... Ich hör da noch einen. Oder? Oder? Ja, ich höre da noch jemanden. Ähm. Oh. Eine Zeittür. Eine Zeittür. Und hier sind auch Renndinger. Da bist du. Guck mal hier den Krach. Boom, Baby! Boom, Baby! Nein. Warum ist das denn hier so komisch? Alles. Bäh! Kannst du dich nicht mal entscheiden? Ich weiß, da war noch ein anderer Weg. Alter, was ist denn hier los, bitte? Boom, Baby! Ich will erst mal gucken, was hier so ist. Da gehe ich nicht lang. Ich gehe dann erst mal den anderen Weg, weil ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht mehr hochkomme. Vielleicht ist das auch genau der gleiche Weg, wenn das so ein Rundgang ist. Fapp. Diese Obstände erinnern mich auch irgendwie an Aladin. Ich weiß auch nicht, warum. Und das hole ich mir mal hier. So, so ist es besser. Hm, 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 hm. Ich glaube, das ist da oben der Weg, wo wir runtergefallen wären. Ich höre schon wieder jemanden laufen. Ein Bild von der... ...Königin oder was auch immer. Hm. Da oben war ich noch nicht. Oh, das ist aber jetzt doof. Dann gehe ich doch den anderen Weg. Das war doch hier lang, ne? Ich muss niesen schon wieder. Ich versuche, mir zu ver... ...ver... ...wegmachen. Nee, das ist was anderes hier. Aber hier kommen wir auch nochmal hoch. Tatsächlich. Diese Wand ist so dünn, dass sogar ein Lama durch sie durchbrechen kann. Ihr seid so klug. K, L, L, U, K. Da muss ich jetzt doch nochmal zurück. Ich gucke mal, was hier noch kommt. Ich habe dieses gelbe Ding da fehlgedeutet. Ich dachte, das wäre was anderes. Da ist schon wieder jemand am Rumlaufen. Okay, ich muss dann wieder zurück. An der Stelle hört sich das irgendwie so an, als ob die Musik abkacken würde. Da kommen wir so nicht hoch, ne? Dann geht es wieder zurück. Natürlich. Hätte ich auch eigentlich darauf kommen können. Naja. Aber wo... Wir haben doch so ein Zeitding zum Aktivieren. Wo kriege ich denn die Tür da auf? So, jetzt sparsam. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ja. Wie komme ich denn... Da sind ja noch Sachen. Wie komme ich denn da hin? Verdammte Axt. Ah, so wahrscheinlich. So, Dickie, komm mal her. Hör doch mal nicht viel rum zu piksen. Ah, da ist Mr. Zeit. Ich höre schon wieder jemanden laufen. Ist der hier? Somewhere. In der Stadt. Noch einer. Von hinten. Jetzt war es nicht mehr von hinten. Ich weiß, da war dieses Ding... ...zum aktivieren. Das müssen wir machen, um da durchzukommen. Ich dachte, das wäre optional. ...zum aktivieren. Na gut. Nö, 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 nö. Wie kommen wir denn da jetzt am besten hin? So nicht. Bahnfrei! Lama kommt! Ich denke dann hier so, ne? Ja, glaub schon. Ach. Meine Nase. Meine Bandscheiben. Ja, ich weiß, es ist momentan, gerade im Moment, sehr langweilig. Ja, danke, dass du mir den Weg zeigst, den Weg nicht laufen musst. Geradeaus, links und dann da hoch. Das werden wir doch hoffentlich hinkommen. Oh, das liebe ich ja, wenn er gegen die Wand, die unsichtbare Wand rennt. Das mussten wir tatsächlich machen, um an den anderen Cusco-Kopf zu kommen. Na gut. Aber wir werden erstmal... Oh. Ei, 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 was sehe ich denn hier alles? Hm. Okay, na gut. Munition haben wir noch. Dann schießen wir mal wieder drauf los und gucken mal, was passiert. Machen wir erstmal das. Okay. Ah, das ist ein Aufzug, okay. Aber wir gucken dann mal gerade noch... Weil so wie der jetzt steht, ist perfekt. Dann schieße ich einfach nochmal den gleichen Stern ab und dann falle ich dann einfach da drauf. Ah, mein Gott ist das Ding lang wir da haben. Willkommen. Dankeschön. Oh, Kai. Was macht der Rechte? Der zieht den bestimmt nach oben. Bin sicher, der macht den... Okay. So. So. Dann jetzt erst... Oh. 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 Was steht heute zur Auswahl? Warte, aber... Gut. Jetzt den da. Es hat doch sehr lange gedauert. Booyah! Wollte ich schon sagen. Hat doch relativ lange gedauert, bis wir da überhaupt hinkamen. Na gut, aber wir haben unseren Cusco-Kopf. Und die Münzen. Das heißt, uns fehlen uns wahrscheinlich noch 14 Münzen. So. Es dauert das wieder Ewigkeiten, bis wir hier oben sind. Ja, komm. Weiter. Ah! Gut. Dann können wir jetzt... War das hier der Weg? Da geht's.